Musik Dass wir es nicht schaffen, bis heute Mittag ein Bundespicknick der Nationen im Kurpark zu organisieren. Auf Picknickdecken sollen Menschen aus mindestens 20 verschiedenen Ländern Platz nehmen, die auch typische Spezialitäten aus ihren ursprünglichen Heimatländern dabei haben. Um 12.30 Uhr wird durchgezählt auf der großen Wiese im Kurpark. Danach beginnt dann das Picknick der Nationen, an dem natürlich gerne alle Bad Liebenzeller teilnehmen können. Also wie bunt ist euer Ort, unser Ort zeigt uns. Eine große Herausforderung, aber ich glaube ich bin da sehr optimistisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie Sie wissen sind wir sehr erfindungsreich. und haben da einen kleinen Ausweg gefunden aus der Wette, mit dem Außen, das ist nirgends so explizit erwähnt. Deswegen ziehen wir unseren Spiegelsaal, unsere gute Hausstube, unser gutes Wohnzimmer, ziehen wir aus dem Ärmel und verlegen die Wette einfach in unseren Spiegelsaal. Spiegelsaal Ich würde sagen, passender ist nichts als zu sagen, herzlichen Glückwunsch und guten Appetit.